hallo leute willkommen zu einem neuen let's play and talk prallworld hier auf janex reloaded schön dass wir wieder eingeschaltet habt und wir sind zurück auf unserer insel in unserem kleinen paradies und in der letzten folge konnten wir unser erstes großes pal fangen also richtig großes pal ich kann es euch ja noch mal zeigen falls ihr die folge nicht gesehen habt guckt einer an wir sind schiller wie macht halt nix oder er na gut und mir seien beziehungsweise nicht eingefallen meine freundin hat mich noch mal daran erinnert dass ich ja die anderen eier hier hatte so ich es dazu furchte sei gewöhnlich ist wir nehmen wir mal das zur furchte ein 10 minuten ok jaja mecker warum so holz steine wolle kerne gerne alle die im bruststücke pallium eigentlich gut ist das stoffkleidung apropos stoffkleidung was brauche ich denn für meine verlust ich kann sogar schon bauen ich habe immer hier kommt uns gleich geschafft dankeschön so wie sieht das hier aus also die eine verteidigung von 35 lebenspunkte von 140 haltbarkeit ist klar kälte residenz stufe 1 kälte residenz stufe 2 schick 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 so der du musst melden du musst du dann kann ich nämlich den plan hier rein packen und die alte rüstung alle kno ja ich esse gleich achja ich muss ja die kühlbox und so noch bauen hier habe ich ja habe ich ja gestern abend noch gemacht also gestern für spielschluss so jetzt ich mal einen dicken schweinebraten so gut so das könnte noch frisch sturmgewerf für den affen ok die pflanzt was eine stufe muss ich noch steigen dann kann ich die blöde also nicht die blöde sondern die armenbrust holen ich denke damit komme ich ein bisschen besser klar die pflanze auf stuhl so gut schön in die ecke rein na ja cool alles klar so abend ist bald vorbei dann kann ich noch ein paar sachen einsammeln wie das hier ist mit dem stein nix wie ist denn nix sowas was macht ihr denn was ist denn los weil ihr keinen bock mehr hat so 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 Luh-luh-luh-luh! Hm! So! Dankeschön! So, wieviel Airzeug? 27. Ui! Oh, da fehlen eine Kiste, die tauchen auch wieder auf. Okay. Goldmann zu 89, Pfeile 12, 2 Pfeilseelen. Okay. Dankeschön. Okay. Ach, so schön hier. Okay. No! Oh! Wo ist denn... Hm. Oh, ich hab hier Platz für einen neuen... Parlem! Mäh! Ähm... Ja, du musst hier gleich ein paar Aldex mal gucken. Ja, ja. Wieso? Sparkett, was kann der denn alles? Handwerk, Stromerzeugung logischerweise und Transport. Sammeln und... Heimarbeit. Der sammelt... Bergbau. Und Handwerk. Ja, dann kommt doch mal so ein Depresso raus, hier rein. Aber erst... Brauche ich ja dann auch noch ein neues... Ähm... Bettchen. Denk ich. Müsst du hier noch irgendwo hin passen, oder? Nö? Nö? Kann hier hin? So. Hallo? Ja? Ach, gut ist das nicht. So. Ja? Ach, gut ist das nicht. So. Ach, gut ist das nicht. Zack. Ne, nach Element wollte ich nicht. Level wollte ich. So. Jetzt hier im Bergbau am Start. Und der Hacktholz. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Gut. Was macht mein Ei? Noch 22 Sekunden? Ja, das können wir nochmal. Machen wir mal wieder die Tür zu hier. Was ist das denn? So. Ach, mein Essen. Dankeschön. Naja, so bin ich. Okay. Oh, da bin ich immer gespannt. Du Mut. Du Mut. Du Mut. Okay. Was kann der? ja? Dispresso. Depressant. Nicht Disperso. Ich habe Durst, glaube ich. Deswegen. ein dumm so so bergbau und transport und bewässerung okay ich weiß ja nicht so Zehn Minuten. Okay, dann gehen wir jetzt auch pennen. Morgen. Na? Alle fit? Bereit für den neuen Tag? Ja. Jo, jo, das kriegt ihr schon alles hin. So. Gut. Nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. So, wo fahren? Wo gucken wir denn weiter? Brückelitz-Villings-Retour. So. Ja, nix. Oh, da ist noch ein... Notizen eines schiffbrüchigen Tag 10. Heute beschloss ich mit meinem Palz einen längeren Ausflug zu machen. Der Grund war, dass ich schon auf ein tumorartiges Gebilde... Tumorartiges, vor allem auch. Mein Gott, ey. Turmartiges Gebilde neugierig war, das man in der Ferne sehen konnte. Auf dem Weg begegnete ich einem Menschen. Doch als ich versuchte, ihn anzusprechen, richtete er gleich eine Waffe auf mich. Angesichts unseres Aufenthaltsorten lege ich eigentlich die Vermutung nahe, dass es sich um ein Überlebenden der antiken Zivilisation handelt. Aber die Ausrüstung sah ziemlich modern aus. Ist dieser Mensch genau wie ich von außerhalb dieser Insel gelangt? Oder hat die antike Zivilisation eine einzigartige Entwicklung durchgemacht? Irgendwann rettete mich mein Schafspall aus dieser gefährlichen Situation. Ich gehe alle zurück in mein Lager. Und auch meine Palz waren zum Glück allesamt unversehrt. Es gibt noch so vieles, was ich über diese Insel nicht weiß. Ja, I know. I know, my friend. Aber ich kann doch trotzdem mal rüber. Mal gucken, was es da gibt. Hallo? So. Uh, Stufe 15. Okay. Der Mondzwichtelstrand. Wo ist da hinten? Boah, da. Die sind ja alle schon noch ein bisschen stärker. Ja, ein bisschen stark. Da sind Menschen. Liege der Pal-Freunde. Aha, und deswegen greifen sie die Pals an. Okay, aber hier bin ich glaube ich noch ein bisschen zu schwach für. Erstmal zurück. Was ist das denn? Was bist denn du? Nee, hier. Aber die Sphäre kann ich mitnehmen. Ja gut, dann warten wir noch ein bisschen. Gute Gute Gung. Will dir gar nichts. Aber ich kann hier eben gucken, ob es hier irgendwelche Eier oder so gibt. Was machst du denn? So, flitzen wir hier mal ein paar hoch. So, ein bisschen Luft holen. Und runter. Und runter. He he. So. Alter, kann ich hier ganz hoch? Wäre natürlich richtig stark. So, ha. Da oben ist eine Statue. Aber leider kein Ei. Da oben noch irgendwas drauf? Da oben gehen das tore drauf? Aber da oben. Da oben wo nach schön na gut dann müssen wir uns erst mal andere ich jetzt kümmern ja 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 ich wollte die doch einfangen so und dahinten ist noch dass ich gerade und das auf der anderen seite den brenz glaube ich immer da zum feuer also zum rauch ich gehe hoch der frau wieso gibt es denn so eier wir brauchen ja ich will schon wieder wolf was ist denn jetzt ja dann ist doch bin ich hier das ist ich bin nein ich bin tot warum bin ich tot warum hat er nichts mehr gemacht fuck mein naga meine eine so ich schütt nicht aus super mein gilet jetzt knapp zehn minuten außer gefecht aber okay was wird zu machen okay Okay. Hä? vergessen dass ich kein schirm ab nein die sehen mich doch 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 Oh immer sie weg was für mein klamotten die sind da voller marsch der heide vorsicht nicht runter springen runterfallen komm oder fliegt so ein viech hoffentlich sind die nicht angreif also sind die nicht angriff lustig ich tue dir gar nichts auch gleich automatisch ausgerüstet ja gut nein jetzt kann ich doch mann 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 wo ist es denn du wo ich wollte dich nicht mit der axt hauen ein gelbter bar gucke ich mir gleich an was das ist erst mal gehe hier weg schutzvoll du sollst hier bleiben hier ist was los sehr cool gold mit 215 drei pfeile und einmal medizin wo was seid ihr denn kühe ja 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 nein auch man der licht in megasphäre es tut mir leid es tut mir so leid so so lagerlager basis tschüss aber leider noch kein neues ei gefunden aber das müsste fertig sein so dann bringen wir das schnell noch aus jetzt habe ich so ein pferd das ist natürlich gut das ist natürlich sehr sehr gut dann kriegst du nämlich mal eine pause was machst du da oben ich glaube ich muss ihn da mal raus so kurz alles klar gut gut dann würde ich sagen war es das auch für diese folge und ich hoffe die hat euch gefallen wenn ja lasst doch bitte einen daumen nach oben da ein abo wäre nice teilt das video wenn ihr möchtet und wir sehen uns dann das nächste mal wieder bis dann alles gute bleibt gesund bleibt sicher bei bei euer tobi bis dann